Mh, mach ich. Wohin? Nochmal zapp, bitte? Da. Ungefähr dort. Ist? Dort. Ungefähr. Ach, nicht da hin! Da treffen die nicht! Okay, wir können los. Okay. Angriff! Charge! Ich hab' Stein gezogen, wow. Stein. Ein Glück, dass der Mesmer-Boss nicht auch noch mit drauf kloppt. Komm, das klappt doch, oder? Was ist der von Martin jetzt? Ah, man geht das weg, okay? Sekunde. Da steht noch ein Doge-Konstrukt hier rum. Irgendwie hast du schlecht geflaggt. Du sollst nicht auf den Turm flagen, sondern lebt in den Turm. Oh, komm, der Schaden fehlt. Was zur Hölle? Kriegen wir hier noch Energieentzug? Nein, hier kriegen wir keinen Energieentzug, sehr gut. Ah, Fortschritt! Hat ja nicht lange gedauert. Nö, aber jetzt müsste das zweite Siegel wesentlich leichter gehen. Ja. Geil, dein Schleim. Egal, da ist ja noch eins. Äh, ich glaub, das ist keins mit Energieentzug. Das ist nur ein Türsiegel. Mach's so. Außerdem, wenn wir das E-Siegel hier besiegt haben, dann kommt doch erstmal ein Eidolon. Dann können wir den Bonus auch mal erledigen. Ja. Ich bin das selbst normaler. Äh, ich bin voll. Äh, ich bin voll. Äh, ich bin voll. Äh, das ist mit Lina, die ist da vorne. Ey, blöd Ritual. Das war aber grad echt eng, ey. Boah. Ja. Ein Schleim. Wie lange ist die Müsse wieder? Boah, das hat Mox. Ähm. Ach so scheiße, jetzt bitte. Was machst du Mox? Ich denk mal, wir haben schon ein bisschen was. Ach, wieso machen wir jetzt wieder um? In Achtung mit Mox ist Akku geholt. Mal wieder. Sicht ist versperrt. Ja, geil. Ich lese doch. Muss man aus Ego-Sicht machen, dann bestimmt nicht. Obhauen. Ja, davon halt. Oder wir laufen jetzt direkt zum, äh, Äther-Siegel. Machen wir das Äther-Siegel, los. Ja. Na gut. Stirb, Äther-Siegel. Ach, geht schneller. Jetzt haben wir nicht schon 1000, äh, Energie verloren, bis wir da sind. Nein, Schleim ist tot. Okay. Und Eidrun. Oh mein Gott. Die neue Säge sind nicht schon rot. Die neue Säge sind nicht schon rot. Die neue Säge sind nicht schon rot. Wie will vor mir? Ja, ne, Bebelform stört gerade ein bisschen. Ich treffe das nicht. Ländlich dürfte ich das aber eigentlich nicht stören, oder? Wohl doch. Also nicht stört es. Ich treffe nämlich kein bisschen. Da wird man ja kein Schaden. Ah, jetzt treffe ich was. Ich kann Marmel bis wegen. Oh, jetzt mach ich Schaden. Ich mein, wir haben zwei Unterbrecher und keiner unterbricht mal die Nebelfrohung. Wie denn, wenn ich's nicht treffe? Okay, ich bring mal weiter. Muss dann nicht nur an dich gerichtet gewesen sein. Ja, ich muss es treffen, damit ich unterbrechen kann. Ah, älter Siegel. Ja, ihr könnt ja schon mal das älter Siegel killen und den Messmer Boss. Ah. Ich bring das in der Zeit zurück mal. Damit die Leute auch was anderes wieder sehen hier. Und nicht den spannenden Kampf, sondern langweiliges Ungelaufen. Den super spannenden Kampf. Ja. Das hat mir die Illusion der Eile hingeschickt. Oh mein Gott. Oh, ein Türhebel. Warum zieht ihr jetzt die große Gruppe? Oh mein Gott. Das war ich doch gar nicht. Ach du Scheiße. Das verreckt nicht. Ach du Scheiße, wir sterben jetzt glaube ich. Nicht wirklich. Ne. Na. Pfff. So halb. Die haben ja schon 60 sterben immer alles bestimmt. Nein, ich hab 10% Moralschub. Nicht du, ich mein die Helgen. Hm. Keine Ahnung. Was die haben. Ich kann's so schlecht sehen. Oh. Oh. Ich nehm nächstes mal ein bisschen Zuckerstangen für dich mit. Gibt ja keine Tierkekse hier im Spiel. Oh haha. Voll scheiße. Was macht der Mönch eigentlich? Nicht sterben? Wie wärst du damit? Heu nicht rum. Ah. Nein. Ohhohoho. Ach Gott. Ich hab gute Ruhe. Der Baumschmuser geht spazieren. Ich muss das Feuer laufen, ja. Irgendwer muss es ja machen, ja. So. Solange du nicht stirbst, ist alles gut, weil ich kann es sein, hinzudren. Ja nee, ich sterb schon nicht. Das stimmt dazu, ja. Macht dem Typ nur 40 Schaden. Ach, komm mal, sieh ja rinnt, hast du sie ja rinnt. Phil, wie viel Platz hast denn du noch? Musst du gleich mal gucken. Äh, für die müssen auch reicht's, auf jeden Fall. Äh, für diese ja reicht's. Jaja, nur danach wird eng. Danach muss ich mal schauen, ja. Wie du würdest dich hier schon mal über drei, vier Parts erstrecken? Ja, ich... Ein Part nur, die bei Neta-Siege hier vorne. Wir haben das 38 Minuten, die Mission jetzt erst. Bah! Erst, das kommt mir schon länger vor. Äh, mir kommt das Wort, ob wir schon zwei Stunden spielen, ey. Hab wohl nicht geschafft. Sollen wir die nächste Mission auch noch machen, weil ich hab keinen Bock, wieder zehn Wochen zu warten, bis wir... Aber dann bitte ohne Bonus, wenn überhaupt. Weil der Bonus da, der frisst echt zu viel Zeit. Der ist zwar einfach, aber... Nächste Woche Freitag hab ich Abiball. Geht nicht. Oh, Abiball. Oh. Ebel, das Tor ist offen. Wow. Jetzt ist das Tor wieder zu. Ich hätte mir jetzt eine Wiedersekturz gewonnen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Man sollte sich mal in der Ferne die Torzacken angucken. Oh mein Gott. Okay. Wo? Da hinten an der Brücke. Ja, welche Brücke? Rechts. Müsst ihr mir gleich mal zeigen, wenn ich... Rechts ist eine Brücke, Lenn. Müsst ihr gleich mal zeigen, wenn ich wer da bin. Müsst. Hä? Rechts ist eine große Brücke und da hinten ist ein Zacken. Loll. 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 Mach mir Angst. Loll, ey. So was hatten wir aber schon mal mit meinem Ohr. Wie geil. Aber bei dem sieht's cool aus. Ja. Loll. Ich bin gleich da, zeigt's mir dann. Ich will's sehen. Wie geil. Ne, vielen Dank, dass du dich mit... Alter, hinten ist doch der Westfrau. Alter, hinten hoffst es immer noch auf der Buss. Alter. Oh mein Gott. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich will mir nicht die letzten halbe Stunde, die wir noch zum Aufnehmen haben, dafür verwenden, weil das ist echt cool. Was denn? Was gibt's denn zu sehen? Echt? Hint mal das Tor. 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 Ja, das ist doch mal ein schnelles Tor, oder? Äh. Hint mal kurz vorher noch den Buss. Das ist sein Mund. Buss legt noch. Nom 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 nom. Oh Mann. Naja, gut. Äh. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt sollten wir das Tor mal offen lassen vielleicht. Oh, ich bin an den Trua ran. Trua. Dunkelstein Trua. Oh, entschuldigen. Kann ich das Symbol? Du ne. Du ne. Du weißt du ja die Brücke war. Und die Tratt hoch. Und Tristungen hier anlocken. Super. Das war der Mensch. Stopp Pollen. Stopp nur der Waldi. Du bist so schlecht zum Pullen. Guck mal, ich kann alles gut richtig. Gut Pullen. Guck mal, ich kann alles gut richtig. Guck mal, ich kann alles gut richtig. Guck mal. Guck mal. Außerdeutsch. Wer braucht Deutsch schon. Wer braucht Deutsch schon. Wer braucht Deutsch schon? Wozu gibt's Englisch? Ja. Englisch ist viel besser. Ich kann alles gut tun. Sehr gut. Ich überleg grad, in dem aktuelles Guild Wars Part, den ich zuerst hochgeladen hatte, hatten wir dann auch zeitweise ein bisschen schrottiges Englisch geredet. Wir können Englisch sprechen. Es ist okay. Irgendwas von wegen, don't tell me something about the horse und so was. Ja, Sprichworte, also es muss aber. Ich glaube, du bist Spider. Ja, ich glaube, du bist Spider und mein Englisch. Kommt der nicht rein? Ich bin durchs Flo. Scheiße! Was macht ihr da? Ihr könnt mir vielleicht mal beim Wald die Boss helfen. Nö. Ich helfe dir auch mal. Komm Martin, die schaffen wir. Duo Farming. 1 Zauber drauf. 1 Zauber drauf. 2 Zauber drauf. 1 Zauber drauf. 1 Zauber drauf. 1 BAM. hallo 3 2 1 2 ein Kölner was schon wieder Spaß da mit dem Tor da ich helfe dir doch ja die Kontinufe weiter vielleicht daran liegen dass es Waldiboss ist Martin wir können jetzt im Prinzip die ganze Mission verkacken mit dem Fall hier nicht durchlassen auch die Angegner zu scheitern und täglich machen wir nicht wieder zu der Lied der Wachstum haben was kann auch machen hier durchschießen nur bei euch nicht wieder auf das Haus auch du schießt nicht mehr eigentlich ist auch nicht geschieht schießen ich schieße mit Speeren nur ich kann ich die Glocke schießen die gehen auch nicht ist so durch eigentlich Dich? Tun sie auch nicht. Tun sie auch nicht. Die klauen Energie, das sind voll die Penner. Das sind Mesmer. Ja und? Das könntest du auch. Was ist denn hier mit Duo-Farming? Los mach mal was. Ja ich kann nicht, die klauen mir meine Marder. Dann mach das so auch, da können wir helfen. Das ist so viel Guteau. Eter Schmaus, wir haben volles Leben. Ihr wollt auch noch mehr schaffen in den Part hier. Oh Gott. Ne, wir wollen nur deine Festplatte zu spammen. Nein, fuck you, du fuck. Eter Schmaus, ey. Na, einen fast geschafft. Boah. Ah, da liegt noch einer. Ich frag mich auch, ob wir was aus dem hier durchporten könnten. So, auf die Knie und betteln. Wollt ihr hier rein? Ha. Wollt ihr rein? Oh Mann. Wie das aussieht. Bist. Gnome, gnome, gnome. Gnome, gnome. Haha blockiert. Gnome, gnome, gnome. Alter. Wie kann man so viel Angeweile haben? die Spielzeit beträgt eine Stunde was soll auch die Blätter von Korn hat die die Verlagerung das ist ein Grunde schnell vielen Dank ich glaube war er ein klärer im Sinne nach dem Grunde noch ein Tor nein die Ende der Mission kein Tor mehr ich treffe dich nicht Schatten Schritt Schatten Schritt unser Asser Mensch der Heel Asser altbekannt Weil ich mich immer zu allen schnell hinbordnen kann, um sich sehr schnell zu heilen Eben Weil ich werde Tachila Ja klar, heilende Brüderung und so Kram Ja Weee Ich bin alleine, ist ja doof Alter Dazu sei schon wieder tot Wir sind schon 46 Minuten auf der Karte Wow Für ein paar Für die Missy Komm mal zu, mach mal den Level ab hier, ist ja schlimm Krieg's jetzt mit der Missy, oder? Ich glaube nicht, dass, äh Die LP-Erfahrung bekommen Hat ja auch nicht die 50.000 Erfahrungspunkte vom Spiegelbild bekommen Ob auf den Scheiterhaufen Verbrennt die Hexe Hier kommt da ein Baum hin Ja genau Verbrennt die Transifziten Das sieht aus wie eine Schublade von meinem Schrank Ist das nicht der Zwerg, der am Anfang der Mission in den Sessmord gerannt ist? Ja Ja, okay Soulside FTW Ja, eben Seine Augen macht mir Angst Seine? Seine Augen Alle Seine Augen Ich wollte gerade sagen, ein Auge, wie sie noch lächeln Mit den Guckernchen kann der im Dunkeln lesen Ja, hat auch was, ne? Hä, hörst du das nicht? Ich mach mal gucken, wie dunkel es da ist Geil Geil, war wieder was mit Bonus Die letzte Missy, war auch mit Bonus Ehrlich? Fester Dönerkopf war mit Bonus, ja Fester Dönerkopf Ja, war da vorne nicht auch noch mit Fester Dönerkopf Moment, kann man nachgucken Ja, Eisenminen war auch mit Bonus Wo ist der fucking Kaufmann? Okay, jetzt haben wir die Mission geschafft und, äh, jetzt? Ja, aufhören oder? Keine Ahnung Ich weiß nicht, wie viele Guck erstmal nach, wie viele Ich hab grad ziemliche FPS Einbrüche, hier war so, Henker Warum hab ich grad nur 20 FPS? Hallo? Guck erstmal nach, wie viel Platz du auf der Festplatte hast Wahrscheinlich bist du schon über Null Ansonsten müssen wir nichts überkommen Warum hab ich grad nur 15 bis 20 FPS? Weil, cool Deine Festplatte voll ist Jetzt ist er hoch, okay Äh, wahrscheinlich, ja? Der kann nicht mehr speichern Mhm Guck mal, wie viel Platz du noch hast Ich hab nen, äh, Q9-Erdmagiestab mit, äh, halbieter Workzeit von Erdmagiestabern 20% Nein, nein, nein Ohne Inschrift Wow Guck mal lieber, wie viel Platz du noch hast Das garantiert 5 Platinwert Krasser Scheiß Laber nicht und pausiere Ja, ist ja gut, mein gut Lass uns mal fertig identifizieren hier Nein Das will keiner sehen Nein Das will keiner sehen Okay, ich guck mal kurz noch bis gleich Okay, ich guck mal kurz Okay, ich guck mal kurz Okay, ich guck mal kurz